... neun Sponsoren für das Team zu gewinnen. Geh zum Firmentab und öffne den Sponsorenbildschirm, um zu entscheiden, welchen wir kontaktieren sollen. Tun wir aber. Ich gehe kurz auf Toilette und seht gleich weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber wir müssten unbedingt dann denken, den Motor dann irgendwann zu tauschen. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Macht dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden. Okay. Dann mal wieder ein paar entspannte Runden hier. Wenn ich mich hier echt totschwitze. Aber naja, das tut aber nicht alles für die Formel 1. So, das ist natürlich auch eine Strecke, die sehr gut laufen kann, aber auch sehr schlicht. Und wir merken uns mal, wir fahren mehr Stops, weil sonst habe ich echt immer Reifenprobleme. So hätte ich zumindest Fünfter werden können, aber naja. Weil ich ja unbedingt einen 2-Stopp haben wollte, das war ein 1-Stop, auch egal, 1-Stop haben wollte, bin ich halt draußen geblieben. So, fangen wir hier nochmal schnell die 5 Runden. Sollte nicht wirklich ein Problem darstellen. Aber, wie schon gesagt, man muss auch manchmal einfach Risiko. Spielen hier. Um was zu erreichen. Wir sind ja immer noch drittschlechtes Team. Und da müssen wir uns halt immer was einfallen lassen, um vorne zu landen. Ich finde, die Strecke macht auch Spaß. Die geht schnell. Also ist halt eine schnelle Strecke. Und bietet natürlich viele Überholmöglichkeiten. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Aber ich muss wirklich sagen, der Wagen ist nicht schlecht. Der fährt sich recht angenehm. Angenehmer wie der Estin Martin auf jeden Fall, obwohl der ja laut Tabelle schlechter sein soll. A benefitsonom von unten. Oder wer ist es da? Da geht's nicht, da Kl atuzin hin. Drei Europa. Da. Drei Europa. So, das reicht natürlich schon. Das reicht auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht mehr Runden fahren. Da wissen wir Bescheid, wo wir stehen. Klasse, dass wir Zeit noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatz hier. Klasse, dass wir in der Dose unten in der Dose noch sowas ist zum Letzter Rest. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Die Reglementänderungen für die nächste Saison wurden bekannt gegeben. Wie gut kann Ihr Team... Sprechen wir doch einen Augenblick über ein anderes Team. Wie hat es... Keine Ahnung. Klasse, das war dann alles. Klasse, das war dann alles. Schnauze, das war alles. Ich finde, die Interviews sind immer noch der größte Blödsinn, den die hier eingeführt haben. Aber vielleicht bin ich da auch alleine mit der Meinung. So, nicht den Motor vergessen. Nicht den Motor vergessen. Das ist der Trainingssong. Training. Training macht Spaß. Training. Lasekratzen. Training, Training. Wir machen schnelles Training, weil wir schnell sind. Keine Zeit. Schnelles Training. Ja klar, 25% schafft er. Sicher. Auf jeden Fall. Training. Wir machen Training. Schnelles Training. Schnelles Training. Training. So, genug schlecht rumgesungen, sondern jetzt nochmal zum nächsten schnellen Training. Und nochmal ganz schnell hier... ...die Dinger durchpfeifen hier. ... ... ... ... Pflegeschlange in deinen Kopf Supi Alles geschafft, das freut mich doch Dann schüttel dich doch mal Diese Flasche hier Schüttel deinen Speck Schmeck Ist dir überhaupt noch gut? Wie schnell ist der eigentlich warm geworden? Das ist ja auch nicht normal 19.09 Ja der ist ja doch gut Jetzt haben wir das auch nicht mal verstanden Dass du durch diese Entwicklungsboni Dinger da Gibt es die Teile billiger Und das nach dem Ganzen Spiel Wie viele haben wir jetzt eigentlich noch? Wie viele Rennen? Ich bin da nie drin Wir haben auch drei Stück Jetzt haben wir noch Brasilien Dann noch Australien Und dann fehlt hier nur noch Das Schlimmste Abu Dhabi Ich hasse die Strecke einfach nur Wir haben da mal eine 1 und eine 2 drin Und wir hätten auch fast eine 3 drin gehabt Wir hatten schon echt Glück Diese Saison Und ich werde den Motor nicht vergessen Sondern wir bauen hier einfach Die Nummer 2 ganz neu rein Das gibt keinen Ärger Da freuen sich alle Und dann geht es weiter mit dem Qualifier Und dann geht es weiter mit dem